So, da sind wir wieder zurück bei Feat the Beast mit dem Basti. Guten Tag. Was wollte ich machen? Ich glaube, ich wollte Bücherregale aus dem Dorf holen, kann das sein? Kann gut sein. Falls du übrigens mein Minium-Scherben brauchst, darfst du dir bei mir nehmen. Ja, ich hab... Wie lange hab ich kein Feat the Beast gespielt? Acht Tage? Weiß ich nicht. Eine Woche. Kann gut sein. Kann auch gut sein. Junge. Ähm, ich hab'n... Der ist... Alter. Mir wurde ein Skinpack gemacht. Hier. So. Und ich hab' jetzt außerdem einen weiblichen Skin an, weil ich mir... Ich hab' mir einen männlichen und einen weiblichen angeguckt und den weiblichen hab' ich mir halt zuletzt angeguckt. Und dann hab' ich kein... Äh, dann hab' ich kein Minecraft mehr gespielt, sondern Battlefield 3 und jetzt hab' ich noch diesen weiblichen Skin, aber das stört nicht, weil man sieht ja eh nur die Hand. Geno. So sieht's aus. Ja, egal. Jetzt wenn ich wirklich durchgeblickt, was du gerade eben gesagt hast, aber Geno. Du bist halt auch dumm, inkompetent. Ich bin nicht dumm, ich bin beschäftigt. Nein, du bist bei Skype Online. Oh, Junge, sei bloß ruhig. Davon hatte ich gestern schon genug. Wieso bist du denn online? Ja, weil ich gerade mit dir rede. Wieso bist du denn online, hallo? Denn darfst man dich auch anschreiben. Chill, Floro, chill. Oh Gott. Zucker, Zucker, Zuckerrohr. Ach ja, darf ich... Wie viele Minionscherben hast du jetzt eigentlich? Über'n Stack. Über'n Stack. Über'n Stack, ich hab' ne Monster vor deinem Keller. Hast du noch ne Portal gefunden? Nope. Okay. Dann leihe ich mir ein paar Minionscherben, damit ich mir einen Stein machen kann. Mach das. Dann kann ich mir ne Enderperle machen. Und dann kann ich mir einen Shunklauter machen. Nein, da fehlen mir Bücher. Shit. Aber ich hab' jetzt genug Zuckerrohr, denk' ich mal. In meiner Kiste müsste auch noch Leder sein. Kannst du dir von mir aus eins rausnehmen. Ich hab' auch Leder. So arm bin ich auch nicht. Dann kannst du dir auch einfach ein Buch machen und musst nicht in dieses komische Dorf gehen. Ja, ich bin ja jetzt vom... Ich geh' jetzt nicht ins Dorf, ich geh' nach Hause. Ach so, gut. Ich find' das Dorf nehm' ich grad' nicht mehr. Mein Haus in 200 Metern rechts abbiegen. Oh, shit. Hm. Wieso mach ich das eigentlich grad' überhaupt für dich? Ja, keine Ahnung. Ja, sie sagt mal wieder was für mich, das hunderttausendste Mal. Ja, vor allem, ich hab' heute schon was für dich gemacht und ich fand' das gut und dann du so, ich hab' die Schrift kann man nicht lesen. Ja, Pech. Hm. Ich kann ja auch gar nicht sein können Pech für dich. Der Pech der Münch als das andere. Super, ist ja auch von mir. Ja. Der Münch als das davor, das war auch von dir. Denn halt, das da davor. Das da davor war aber nicht von dir. Das kann gut sein. Fuck, wie hab' ich das noch mal gemacht letztes Mal? Ah, das schönste Grundstück ist meins. Ist eigentlich jetzt noch, ähm, ist jetzt Alex eigentlich im V2Bs Projekt drin? Hm, er war noch nicht auf dem Server, aber wir, äh, wir haben's beschlossen. Aber, äh, darf mitmachen auf jeden Fall. Hat der überhaupt schon die IP? Jiii, nein. Jiii, nein. Junge, warum hast du so'n fetten Megabomb bei dir? Weil wir, ähm, Abtix und ich haben gestern Saplings davon gefunden. Oder halt einen Baum abgebaut und dann, ja. Alter, was steht, warum steht da ne Kiste bei mir? Ach, ich hab Abtix damals ne Kiste geschenkt, hat er mir auch wieder eine geschenkt? Ich weiß nicht. Junge, ich kann nicht essen, ich kann nicht über, äh, ich hab nix zu essen gehabt und konnte nicht über meinen Topf. Rache, du hast mir Sachen gegeben, jetzt ich dir welche holen. Uh, ein Zombie-Brain. Was macht ein Dul-Chart? So einen hatte ich noch nie. Gar nichts. Absolut gar nichts. Aber der, äh... Ich hab ihm viel leilere Sachen gegeben. Er gibt mir nur so'n schrotten Zombie-Gehirn, Alter. Ja, ja. Oh, ich sollte Schilder an meine Kiste machen. Ach, da hab ich Schilder ran gemacht. Er hat, äh... Naja, aber Zombie-Gehirne kann man schon aufbrauchen. Wo ist meine Ästenskiste? Da. Junge, ich hab jetzt... Übrigens, ich wollte ja mit Flo aufnehmen, aber er hat eher... Er hat so gemeint, nee, ich darf nicht. Ja, du wirst zu so... Junge, du wirst übelst der Suchti. Junge, ich hab eigentlich gestern, nur weil Abtix unbedingt wollte und ansonsten ich seit drei Tagen nicht mehr gespielt. Oh, ich hab seit einer Woche nicht gespielt. So, das ist aber nicht meine Schuld. So. Hm, du kannst nützlich sein und mir ein paar Tauberrezepte sagen. Kohle plus Fackeln gleich Nitor. Habe ich schon. Alumento machst du auch schon, gell? Äh... Vorsicht. Sam plus... Sam plus Gold gleich... Ich hab noch kein Taumanomikum. Nein. Ich geh mir erst mal bei dir. Das ist auch noch mal Bücher. Ja, eins. Ne, drei Bücher. Bücherregal. Ich geh erst mal zu dir mit diesem Minium Scherbe holen. Hm, musst n bisschen suchen, aber sollte ein paar da sein. Boah, Junge, mach mal diese hässliche Schlucht zu, die regt mich mal irgendwie auf. Nur weil du reinfällst. Ne, ich bin nicht reingefallen. Alter, hast du jetzt so ne fette Mauer, hast du so ne, wirklich so ne fette Mauer gemacht? Das ist mein Haus. Es ist ja noch lang nicht fertig. Wo kommt man da rein, der ist nicht mein... Alter, auf deinem Haus und Lieber, scheiße, viele Monster. Ich hab' kein Bock, dass jetzt was auf deinem... Das dann Creeper bei dem Hot-Eye-Cloud ist. Deswegen... Da ist ein einiger Junge. Ne, ich bin aber an deiner Dings da Höhle reingefallen. Alter, wie viele Maschinen du hast. Lebst du noch? Ja, ich hab' fast volles Leben. Okay, gut. Also hier schon mal gar nix. Wie komm ich von hier wieder raus? Ach, das ne Treppe. Ich ungehe. Ich find' mein Grundstück viel schöner. Pff. Wenn du nicht meinst. Was ist das für ne komische Kiste? So ne schwarze. Das ist eine... eine schwarze Kiste, was? Ich hab' ne durchsichtige Kiste. Ne, so ne braune vor deinem magischen Ofen. Ach, so das ist ne, ähm... Hungry Chest, wenn da was draufwirfst, dann is die das und dann ist quasi drin. Das ist unnötig. Ne, weil sonst würde alles, was aus dem Ofen kommt da rumliegen und verschwinden nach einer Zeit. So ist es die Kiste auf. No, 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 no. Genau so sieht so aus. Ach, fuck, es muss kleiner. Du hast gar keins. Doch, nee, du hast kein Steck. Da ich eine nette Warte zu haben. Ah, ne, warte, ist der... Ne, ne, egal. Ist eigentlich das Höllenpartei jetzt... Du hast so komischen Fahrstuhl, wa? Jo. Was ist um... Ah, äh... Junge... Was sind das für komische Blöcke um dein Zaubertisch darum? Das Sinne ist magisches Holz. Ah, okay. Und es kann man jetzt eigentlich wieder in den Netter gehen. Jo, abdeckst du mich am gestern aufgeräumt. Ich weiß noch nicht, wie sie jetzt inzwischen wieder aussehen, aber sollte nicht gehen. Hast du den Schandlohde entfernt? Nein, ich habe einen kleinen Kleiner gestellt. Nein, warum ist es schwarz? So, was, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ein Schandlohde. Richtig. Fuck, ich habe Zeckchen bei Alpha-Kanal vergessen. Ein nicht nur mal render Vollentstellung. Ach, ja, falls ihr fragt, was er gerade macht, der macht mir noch ein... Kanal-Background. Haben wir, glaube ich, schon gesagt. Nee, du hast gesagt, du machst es noch mal. Aber wir haben nicht gesagt, was du noch mal machst. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Oh, ich habe ein Steck, ist immer noch unnötig. So, ich glaube, ich baue... Ich habe ja nicht mehr so viel Zeit, ich muss nicht gleich wieder gehen. Und deshalb mache ich nur eine Folge. Viel beschäftigt der Mann hier. Ja. Fuck, nein, nein! Oh, das ist ein Creeper auf meinem Grundstück! Er, wer fast explodiert! Jogi, das sind noch ein Creeper! Nein, 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 mein Feld! Mein Feld! Junge, nein, nein! Nein, nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Das ist scheiße! Nein, Alter! Oh, nein, 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 nein! Junge, das machen Creeper! Verpiss dich, verpiss dich! Junge, ich sollte Fackeln auf mein Grundstück machen! Wieso passiert sowas immer mir, ey? Weil Minecraft dich nicht mag. Fiete Wies mag mich nicht, Minecraft schon. Nein, Minecraft mag dich auch nicht, das hat es dir nur noch nicht gesagt. Du explodiert es sich auch noch. Okay, Leute, ich glaube, es wird diese Folge nicht mit dem Jean-Claude. Ja, genau deshalb. Leute, wer hat mir da eine Pig-Ex oft geklagt, die hast du mir gegeben, weil du dir irgendwas gelingen hast, war? Jo, weil ich mir zwei von diesen Wiss-Schatz gelingen habe. Leute, das sechs Eisen drunter. Ich habe Rechtsklick auf die gemacht und die hat gesagt, sechs Eisen oder so. Was wäre das gesagt? Diese Spitzhack, ich habe Rechtsklick auf den Block gemacht und dann stand da sechs Eisen. Das heißt, wenn du da langgraden würdest, würdest du so Eisenherz finden. Wo? Wo ist meine Kohle, Kohle, Kohle? Ach ne, die Kohle hatte ich hier in der Extra-Piste. So, wollte ich sagen, äh, da. So. Jetzt ein paar Fackeln. Da fackel ich doch nicht lange. Ho, ho. Nein, das heißt, da darf man nicht lange fackeln, dann ist es witziger. Nein, das ist gar nicht. Oh, fuck, Alter. Ich dachte, das wäre wieder das Geräusch von einem Creeper. Aber ich bin in, auf meinen, ja, aber ich bin auf meinen, äh, in meinen Kessel reingetreten. Ha, ha, genius. Naja, ist auch nicht viel gesünder als ein Creeper. So. Das macht wenigstens nichts kaputt. Das stimmt. Doch, außer wenn Holz daneben ist. Übrigens, was mir gerade auffällt, bei dem Hintergrund, den ich, äh, gemacht habe, wo du meinst, er würde geil aussehen für ihn, da war dann die Schrift auch kaputt. Ja, da konnte jemand aber lesen, das sieht ja mein Buchstab wahrscheinlich. Ich sehe mich an den Buchstaben, ich habe es nur bei deiner Schrift anders gemacht. Ja, siehst du. Soll dann auch kaputt sein, oder was? Na, ist mir egal, Hauptsache man kann den Namen lesen. Gut, jetzt wirst du schon zu spät. Oh, jetzt muss ich bis zur nächsten W- Alter, Nacht warten, um zu testen, wie hell es ist. Und das ist dämlich. Okay, also ein Wasserfeld reicht, ähm, für fünf Blöcke, äh, oder so, ne? Genau. Ey, ich brauche eigentlich gar keine Baumfarben auf meinem Grundstück, oder? Hm, nicht unbedingt. Das ist so sinnlos. Wieso mache ich das überhaupt? Solltest du eigentlich eh schon genug Bäume haben? Ja. Ne, egal, ich lasse so, wie es vorher war. Muss ich nur noch mein Feld reparieren. Wie machst du so ein Tree-Tapper-Ding? Aus fünf Holz. Okay. Sechs Eisen. Kann es sein, dass der immer sechs Eisen sagt? Nein. Da sind Earth Shards. Eis ist nur relativ häufig. Manchmal sagt er auch zwölf Kristall, wenn zum Beispiel jemanden da sind. Hm. Hm, was suche ich Erde? Ey, nein, jetzt habe ich keine Erde mehr. Was braucht man nochmal... Stimmt, da fehlt ja noch was. Was braucht man nochmal alles für einen... ...magischen Ofen? Du brauchst, ähm... Obsidian, Lava, Eisengitter, Neverbreak. Ah, ja. Three... Tap. Oh. Das war nicht so gewollt, äh... Alter, das regt mich so auf. Wieso bin ich immer im Cheat-Mode? Wie Side-Mode dann. So. Aus fünf normalen Holz, nicht Stickies. Ich habe auch nicht fünf Stickies gesagt. Ich habe gesagt, fünf Holz. Da hast du wahrscheinlich Stickies gesagt und ich habe dir nicht zugehört. Das kann gut sein. Alter. Hier, komm ich mal.